Aquilas, Spanien. Ich habe hier ein Eis gemalt. Ich habe hier ein Eis gebaut. Ich habe hier ein Eis gebaut. Kein Eis mehr als die Woche. Ich habe hier ein Eis gebaut. Ich habe hier ein Eis gebaut. Schwenker. Ja, ich habe hier eine sehr vieles Garde gebaut. Das ist eine Voliere an einem kleinen Stadtpark, der sich dahinter befindet. Der Park, kann es schlecht sagen, ist eher so ein Platz, wo man sich halt mal gemütlich hinsetzen kann mit dem kleinen Springbrunnen, der aber jetzt aus ist. Was haben wir Hunde auf dem Spielplatz zu suchen? Und hier von hinten über die Leiter. Aha. Ich bin schön drauf. Wir haben schon dringend. Also nicht geschafft. Wir spielen! Der Park, ist sicher. Oke. Komm, stej da! Stej da hoch! Ja, Rino. Ja, Rino. Ja, Rino. Ja, Rino. Ja, Rino. Stopp. Rino. Stopp. Und stehen bleiben. Nochmal. Schau mir mal an. Rino. Rino. Rino, steh dich mal bitte richtig hin. Rino. 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 Who the fuck is Rino? Lauter. Rino. 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 Rino.